Ach du Scheiße, diese Klimaerwärmung ist ja nicht auszuhalten. Wie viele Monate haben wir jetzt keinen Regen gesehen? Wie lange müssen wir es noch aushalten, dass es gefühlte 49 Grad heiß ist? Wir müssen unbedingt mehr auf Autos verzichten, wir müssen auf Ferien verzichten. Wir müssen beten, dass die Annalena Baerbock weniger ins Flugzeug steigt, damit endlich die Temperaturen wieder fallen. Dieser Sommer ist unerträglich, diese Rekordhitze, Rekordsommer. Seit Aufzeichnungsbeginn, seit Beginn der Menschheit, seit die ersten Fische an Land gesprungen sind, war es nie so heiß wie jetzt gerade. Sogar der liebe Gott bestätigt das mit einem Glockenschlag. Und jetzt also reden wir über den Zombie, den Superzombie, den Zombie mit den tausend demokratischen Messerstichen im Rücken. Wir reden natürlich nicht von Julian Assange, das war das letzte Mal das Thema, oder das war das letzte Mal, nein, wir reden von Joe Biden, dieser Mann, der zwischen Schein, Tod und Heilig durch die Sphären wandelt. Er hat eine Debatte geliefert mit Donald Trump, die sehr amüsant war, zuzuschauen, weil alle Vorurteile, alle angeblichen Lügen und Verschwörungstheorien, die Nazis verbreitet haben, nämlich dass dieser Mann schlicht und einfach senil ist, täglich mehr abbaut, körperlich, psychisch nicht mehr kann. Die wurden jetzt plötzlich alle bestätigt. Und zwar nicht von uns Nazis, nein, sondern vom Mainstream selber. Und das ist etwas, was einem hochverdächtig stimmen muss. Denn ich habe die Debatte, ihr werdet sich glauben, etwa die Hälfte live angeschaut. Morgens um drei Uhr, also mitten in der Nacht, habe ich sie vor allem gehört. Und mir ist gar nichts Besonderes aufgefallen. Aber es war einfach Joe Biden. Ich habe gedacht, wenn Donald Trump cool wäre, dann hätte er die erste Minute, als er nach Joe Biden reden durfte, hätte er gesagt, er hätte einfach so nuscheln sollen und so tun, als würde er Joe Biden mit hier und wäre lustig gewesen. Aber er war halt dann doch zu professionell. Donald Trump weiß, was ankommt und wie es ankommt bei den unentschlossenen Wählern. Die muss er ja gewinnen. Also er hat eine tolle Performance geliefert. In der Mainstream konnte ich damals also sagen, er habe gelogen und gelogen und gelogen. Erst einmal, als wäre das eine Neuheit, dass Politiker lügen. Und zweitens, als hätte Joe Biden nicht gelogen. Und drittens, als hätte Trump irgendwie überdurchschnittlich viel gelogen. Also alles gelogen vom Mainstream. Was aber das Faszinierende ist, und das habe ich dann erst am nächsten Morgen gehört, ich hatte dann die Nachdebatte, direkt am Anschluss dieser Debatte, waren unter zehn Leute bei CNN versammelt. Und da waren ein, zwei Leute dabei, die für Donald Trump mal als Advisor im Weißen Haus waren, vor vielen Jahren. Und der Rest war alles durchseucht mit ur-antidemokratischen Demokraten. Und das Faszinierende war ja, Joe Biden und sein Team sind ja angetreten. Und das auch mit Unterstützung der Demokraten, dass sie quasi die Demokratie retten müssen vor Donald Trump, der eine Diktatur richten will. So etwas wie Nazideutschland, nur schlimmer. Dass das nicht mehr zieht, sollte eigentlich augenfällig sein, weil Donald Trump war ja schon mal vier Jahre lang Präsident. Und in dieser Zeit hat er nicht die krisen Anstalten unternommen, ein Nazi-Reich zu etablieren, wenn man mal von den Psychopathien rund um Corona absieht, die Joe Biden noch wesentlich schärfer dann vollzogen hat. Und auch Trump ist kritikwürdig bei Corona, aufs Schärfste sogar. Aber es geht nicht um Trump, es geht um Joe Biden. Und Joe Biden hat, wie gesagt, einfach einen ganz normalen Auftritt geliefert. Der einzige Unterschied war, er konnte nichts vom Telepromp-Trab lesen. Er wurde in so etwas wie in ein Streitgespräch verwickelt, wobei ja den Konferenten jeweils das Mikrofon ausgestellt wurde. Das waren Auflagen von Seiten von Joe Biden, dass man sich nicht ins Wort fallen konnte. Und man kann sagen, dass die Diskussion selber so irgendwie noch relativ interessant war, relativ zivilisiert war. Und auch die Moderatoren von CNN waren während den 90 Minuten dieses Showdowns einigermassen neutral. Auch wenn sie so Fragen unterstellt haben, wie eben mit der Anerkennung der Wahlen und so weiter, das ewige Lied. Aber sie haben auch Joe Biden ein paar kritische Fragen gestellt. Aber dann die Runde, die war durchseucht mit Anti-Trumpern. Wobei auch die beiden, die das Intro geführt haben, durchseuchte Anti-Trumpern sind. Aber da normalerweise hätte man jetzt erwartet, dass diese acht von zehn Leuten, die da in dieser Nachbesprechung saßen, herb über Donald Trump hergezogen haben. Aber, ich glaube, der Typ heisst ja nicht John King oder so, der hat richtig, richtig sich über Biden ausgelassen. Hat gesagt, es sei ein Desaster gewesen, eine Katastrophe. Und da werden sich jetzt alle führenden Demokraten über diese Gedanken machen. Sponsoren, also Geldgeber, alles steht auf dem Prüfstand. Und ich habe schon gedacht, warum? Warum? Weil er das gemacht hat, was er seit zwei, drei Jahren macht. Einfach senil, irgendwelches schräges Zeugs von sich zu geben. Ja, keine Ahnung. Es war einfach bizarr. Aber das war nicht alles. Dann kam dieser Axelrod, der ehemalige Obama-Berater, der Obama maßgeblich ins Weisse Haus verholfen hat, der dasselbe gemacht hat. Und dass dann sogar ein Trump-Anhänger oder ein ehemaliger Trump-Berater gesagt hat, das sei eine Bankrotterklärung, also dass Joe Biden sei weg vom Fenster und das sei ein desaströses Ding gewesen, wer da etwas Gutes sehen will, pro Joe Biden, der lebt in einem anderen Universum. Da hat Axelrod nur die Brauen angehoben und nicht reagiert. Also denen wurden nicht widersprochen. Und dann kam am nächsten Tag oder eben schon Stunden danach die ersten Artikel bei den New York Times, bei der Washington Post, dann kam ein Artikel beim Spiegel und bei allen, 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 also wirklich ausnahmslos allen Massenmedien, sogar bei Watson, dieses Drecksorgan von der Schweiz, wo ihren zwei Löpfe, heisst er glaube ich, jedes Mal überall Nazis wittert, wenn die geringste Biden-Kritik stattgefunden hat. Und auch die sagen, ja, es ist vorbei und so. Es ist vorbei. Es sei ein Desaster gewesen. Und da muss ich sagen, Leute, wacht auf. Wenn ihr es mit dem Klima nicht gecheckt habt, dass es immer einfach nur eine Meinung gibt und darum die Medien wirklich gleichgeschaltet sind und zwar in den Chefinstanzen vorgegeben und dann nachher von den normalen ausführenden Organen, die sich Journalisten schimpfen, dann ausgeführt werden. Beim Klima sollte man es wissen. Da gibt es keine abweichende Meinung im ganzen Mainstream. Nicht beim Fokus, nicht bei ARD, nicht bei ZDF, nicht bei CNN, nicht bei Wall Street Journal, nicht bei, also nirgends. Nirgends. Taz, Zeit, NZZ, Tagesanzeiger. Und dasselbe war bei Corona. Alle einer Meinung. Okay, einige wollten noch schärfere Massnahmen, aber niemand hat grundsätzlich die Frage gestellt, warum machen wir es nicht wie Schweden? Jeder 2000 Artikel ging mal in diese Richtung und dann kamen auch wieder 10 Artikel hinterher, die sagten, in Schweden sterben die Menschen, die Sterbenden sterben. Also es war eine völlige Gleichschaltung mit einer Pseudo-Objektivität und einer Pseudo-Vielfalt im Artikel. Dort hätte es wirklich jeder schnallen müssen. Und dann kam der Ukraine-Krieg. Am 24. Februar 2022 hat Putin Corona besiegt. Es war kein Thema mehr. Die Flüchtlinge sind aus, in Deutschland herrschte da noch ein ganzes Jahr lang Corona-Regime, aber die Flüchtlinge, in Anführungsstrichen, die da aus der Ukraine kamen, zu Millionen. Da wurde ausdrücklich bestimmt, dass diese keinen Corona-Test machen mussten, während in Deutschland noch diese Zertifikat-Scheisse immer noch voll durchgezogen wurde. Aber nicht, wenn fremde Menschen ins Land kamen. Es war alles gleichgeschaltet. Putin ist ein Teufel, Zelensky ist ein Held und die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Und so hat die ganze Scheisse. Da hätte man es wissen müssen. Und jetzt also mit Joe Biden. Jetzt von einem Moment auf den anderen wird einfach der Hebel umgerät. Und niemand, wirklich niemand verteidigt Joe Biden. Zumindest nicht herzhaft, wie sie es sonst tun, vorbelangt. Manchmal gibt es so Töne wie, ja, das war jetzt halt ein besonders schlechter Tag und so. Aber auch die Leute sagen dann nicht oder schreiben dann nicht, wir müssen ihm noch eine Chance geben. Und da bin ich jetzt auf der Seite von Joe Biden. Ich finde, gebe dem Mann eine Chance. Vor drei Monaten sei Reed Hoffman, der ist der Gründer von LinkedIn, auch so ein Vollidiot, ein Zensurarschloch. Der hat gesagt, er sei vor drei Monaten mit Joe Biden zusammengesessen und dieser habe eloquent über künstliche Intelligenz geredet und sie sind alle Detailtiefen in der Politik mit ihm eingetaucht und der Typ sei ein Topfer. Er sei in der besten Form seines Lebens. Und jetzt sage ich einfach einmal, mit uns gesagt, jeder hat doch mal einen schlechten Tag. Ja, jeder hat doch mal einen schlechten Tag. Seid ein bisschen loyal. Stecht diesem Mann, der seit 50 Jahren, 50 Jahren sich für die Bürger Amerikas aufopfert. Ist absolut selbstlos. Aufopfert fürs Land und nur das Gute will. ein bisschen ein Rassist war früher und jetzt aber, dass er ein bisschen das Branding umgestellt hat. Und ja, dieser Mann, der 50 Jahre lang nur für die Amerikaner da war, der hat da eine zweite Chance verdient. Ich bin überzeugt, ich glaube, im September findet die nächste Debatte statt. das wird wahrscheinlich grossartig. Da wird dann Reed Hoffman wieder posten oder schreiben können, wie grossartig auf Draht und zack Joe Biden ist. Weil er hatte die Unterstützung von den Primaries. Das heisst, er hat die Primaries gewonnen. Es gab ja das Auswahlverfahren, wer nächster Präsident werden soll, wenn es nach den Demokraten geht. und da durch alle Bundesstaaten hindurch ist Joe Biden, also nicht ziemlich alle, ist da oben durchgeschwebt. Und Robert F. Kennedy zum Beispiel, ein wirklich verlabler Kandidat, dem ich hundertmal vor Trump den Vorzug geben würde, der aber leider nicht siegfähig ist, weil er von den Demokraten eben ausgestossen wird, von dieser Elite unter Demokraten ausgestossen wird. Der müsste eigentlich jetzt antreten, weil das war der zweite erfolgreichste Kandidat seitens der Demokraten, soviel ich weiss. Ich müsste mich schwer täuschen. Unterliegt den Umfragewert auch etwa bei 10 Prozent. Und wenn jetzt die Präsidentschaftsfallen wären, ein Demokrat. Aber ich bin dagegen. Ich finde, Robert F. Kennedy sollte sich zurückhalten. Joe Biden, nein, der soll antreten. Der hatte einfach einen schlechten Tag. Kann jedem mal passieren. Wer anders sagt, wie John King oder die anderen CNN, das sind alles Nazis, das sind alles rechtsextreme Verschwörungsideologen, sind Schwurbler, sind einfach Abschaum, Abschaum, muss man so sagen, weil natürlich sich nichts geändert hat seit diesem Auftritt bei CNN, ausser, dass der Mainstream komplett gedreht hat. Und da sehen wir die ganze Macht des Deep States. Das ist der Tiefenstaat, der am Schluss sogar durch beide Parteien läuft. Der Tiefenstaat oder meinetwegen auch einfach die Tiefenpartei der Demokraten, die unsichtbaren Wesen, diese Reptiloiden, die haben ganz offenbar beschlossen, dass Joe Biden weg muss. Und sie haben das ganz bestimmt nicht während dieser Debatte beschlossen, weil es sonst so etwas wie einen Diskurs gegeben hätte. Nein, es wurde aus allen Rohren dieser zugegebenermassen peinliche Showdown aus Seiten Bidens mit Donald Trump verrissen. Aber wer die Auftritte gesehen hat, wie Joe Biden beim G7 sich plötzlich von Leuten abwendet und dann irgendwie einem Militär, einem Soldaten zuschaut bei der Arbeit und so dasteht wie ein seniler Opa. Da hatte der Lepfe, glaube ich, vom Wort nach geschrieben, ja, das ist natürlich aus dem Zusammenhang gerissen, das sei gar nicht so gewesen, aber trotzdem sagt jetzt auch er, ja, das sei natürlich jetzt schon Futter für all die, die ihm das immer schon unterstellt haben, ohne zuzugestehen, dass die Republikaner oder eben die Kritiker, die nicht Totalitarismus Fans einfach von Anfang an recht gehabt haben, dieser Mann ist nicht mehr zu rechtungsfähig. Ein interessanter Teil der Debatte war übrigens, ich weiss genau, wie es zur Sprache kam, aber ich glaube, Joe Biden hat dir die Trump vorgeworfen, dass er so viele Leute entlassen hat, während der Präsident war und da hat Trump gekontert und gesagt, ja, du entlässt ja gar niemanden und das finde ich natürlich auch ein spannendes Argument, wenn du in Krisenzeiten ein Schiff steuerst, dann willst du die besten Leute an Bord haben. Das haben wir gesehen bei Putin oder der mehrere Generäle ausgewechselt hat, du musst in so einem Moment flexibel sein. Elon Musk, der plötzlich 10.000 Leute entlässt, wenn du im Start-up Modus bist oder im Krisenmodus bist, dann musst du ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf Sympathien, ohne Rücksicht auf Status musst du Leute absägen, die in diesem Moment versagen und das hat Trump gemacht bei Comey, bei vielen anderen oft zu spät, bei Fauci hat er es nicht gemacht, der grösste Fehler aus meiner Sicht, aber das ist ein Qualitätsmerkmal für eine Präsidentin und bei Joe Biden, das sind immer die gleichen lesbischen, schwarzen, behinderten Pressesprecherinnen, also es ändert sich nichts dort, nichts, ja, ein interessanter Gedanke, warum? Weil natürlich nicht Joe Biden das Schiff steuert, sondern derjenige, der den Teleprompter bedient, derjenige, der den Text in den Teleprompter einspeist, ist der wahre Präsident der Vereinten Staaten und das könnte unter Umständen durchaus ein wesentlicher Teil Jill Biden sein, die ja ebenfalls jetzt noch aufgestanden ist und gesagt hat, Joe, du hast das super gemacht, du hast jede Frage beantwortet und du hattest die Fakten parat und da gab es ein paar hundert Fans, sie, er hat alle Fragen beantwortet, wie er sie beantwortet hat, ist eine andere Frage, welche Fakten er parat hatte, ist eine andere Frage, aber offenbar will sie, dass Biden antritt, auch Biden gibt keinen Hinweis, dass er nicht antreten will und jetzt also hat Obama hinter sich, Obama hat auch gesagt, wie ich finde, dass es richtig ist, er hat jetzt nicht gerade seinen besten Tag, aber er hätte auch schon schlechte Reden gehalten, selber, er selber Obama, was nicht wahr ist, also man kann von Obama behaupten, was er will, aber reden, das konnte er, so einen Auftritt hat es natürlich nie gegeben bei Obama, das ist ja auch sein, das ist ein Jahrhunderttalent im Teleprompter lesen und muss man sagen, und in der illegalen Kriegsführung, er hat ja sieben Kriege parallel geführt, glaube ich, und trotzdem hat er die Unterstützung von Obama, also Biden hat die Unterstützung von Obama und das bedeutet wiederum, dass es sehr schwierig wird, diesen Mann abzusetzen, und das wird dann bedeuten, jetzt auf dem Parteitag, der ich glaube im August stattfindet, im Juli, Mitte Juli sind es die Republikaner, die den Parteitag haben, wo dann Trump bestätigt wird als Kandidat und im August sollte es dann die Demokraten sein, die Biden bestätigen, es ist nicht absehbar, wie sie diesen Mann absägen können, weil sie können eben nicht einfach nur Biden absagen, weil das Problem ist, wenn sie Biden absagen, dann wäre ja die Vizepräsidentin der natürlichste Kandidat, um für das Präsidentenamt anzutreten, das wäre Kamala Harris und dieses Kamel hat wirklich alles, alles getan in den letzten Jahren, um zu belegen, dass sie die bösartige Superpfeife ist, für die sie die Nazis ja schon immer gehalten haben, mit Nazis meine ich uns alle, also dich, mich, alle die, die nicht den Totalitarismus auf der Welt etabliert wollen, die nicht wollen, dass das WEF und die WHO regiert, wir Nazis, wir Nazis, wir haben das schon lange gewusst, dass Kamala Harris absolut untauglich ist und sie ist auch nicht mehrheitsfähig, sie hatte versucht, die Präsidentschafts, ebenfalls als Präsidentschaftskandidatin für die Demokratie aufgestellt zu werden und sie ist in den Primaries brutal abgeschifft, keine Chance gegen Joe Biden, hat sie es versucht, das hat sie versucht, sie hat es einfach so schlecht gemacht, ziemlich illoyal, dass man gegen einen amtierenden Präsidenten antritt, auf jeden Fall, aus meiner Sicht wird es wahrscheinlich so kommen, dass es schwer zu sagen, weil die Massenmedien haben ein irrsinniges Gewicht und man sollte meinen, dass sie bei der eigenen Crowd noch ein grösseres Gewicht hat als bei der Konkurrenz, also bei den, das ist auch in der Schweiz so, ich würde sagen, der Tagesanzeiger, der Blick und die anderen Drecksmedien, die haben wahrscheinlich noch mehr Einfluss darauf, was in der SP passiert, als was in der SVP passiert. Die SVP lässt sich auch von den Massenmedien für sich her treiben, also nicht ein Glarmer oder so oder ein Pirmin-Schwander, aber sehr viele Leute lassen sich von den Massenmedien für sich her treiben und kuschen dann, wenn SRF mit dem Blick und dem Tagesanzeiger zusammen Kampagnen lanciert, dann kuschen die und noch extremer dürfte es Weiten Linken sein, wenn sie die SP, quasi die, wenn die eigene Hausmacht anfängt, die SP-Führung zu, zu kritisieren, dann dürfen die eigentlich de facto keine Wahlchancen mehr haben. Und jetzt wird es aber spannend, weil das Problem ist jetzt die, das Problem ist jetzt das, wenn die Demokraten jetzt so weitermachen, dass sie einfach jetzt monatelang sagen, Biden ist nicht tragfähig, dann wird das einfach die Wahlchancen für Biden, die eh schon extrem gering sind, außer sie fälschen in monumentalem Ausmass, dann werden diese Chancen noch geringer. Und sie haben sich so deutlich positioniert, dass man einfach sagen muss, es wird, sie können nicht mehr glaubhaft vertreten, dass Joe Biden der bessere Präsident wäre als Trump. Weil wen willst du mit dem Knopf zur Atombombe ausstatten? Ein Mann, der bereits vier Jahre Präsident war, ich rede hier von Donald Trump und bewiesen hat, dass er das im Griff hat, keine Kriege geführt hat, oder ein Mann, der senil ist und wo im Hintergrund Männer oder Frauen regieren, für den du keine Ahnung hast, wer das überhaupt ist. Ich nenne es jetzt eben mal vereinfacht Deep State oder Deep Party und ich denke, da ist die Wahl klar, man will dann lieber ein bisschen Stabilität und die hat Trump auf seine Weise auch geliefert. Auf seine Weise, sage ich. Er hat vieles richtig gemacht und vieles falsch gemacht, aber man hat immerhin das Gefühl, dass er das Gute für Amerika will. Das kann man so sagen. Und zwar eben nicht nur für die Reichen, sondern auch für die Ärmeren, aber das ist eine andere Debatte. Und jetzt also diesen Mann jetzt harsch zu kritisieren, wird genügen, um sicherzustellen, dass Biden keine Wahlchance hat, aber ob es genügt, dass Biden zurücktritt, am Ende kann das nur Biden selber, Biden selber schliessen und sagen, okay, ich trete zurück. Der Druck ist zu groß, meine Frau rät mir davon ab, anzutreten, Obama rät mir ab, anzutreten, ich bin isoliert, ich fühle mich einsam, ich möchte gerne in meiner Senidität, ich möchte gerne in Würde mich meiner Senidität und einem Alzheimer hingeben. ja, das ist das Einzige, was passieren kann, weil das der demokratischen Partei, Delegierten Versammlung, glaube ich, das sind 4000 Leute, dass die nicht Biden bestätigen, das ist einfach extrem schwierig vorzustellen, weil es, ja, das wäre urundemokratisch, der wurde demokratisch in den Primaries ausgewählt und den jetzt nicht zu bestätigen, ist heikel. und das Lustige ist ja, genau das jetzt gefordert wird, dass man den Willen des Volkes ignoriert, ja, im Namen der Zerrettung der Demokratie muss man jetzt den demokratischen Wunsch, den eigenen Crowd der Demokraten und Sympathisanten soll man jetzt ignorieren. Und wie sollte ein anderer Kandidat valable Wahlchancen haben, wenn Biden das nicht freiwillig tut und ein Endorsement abgibt für den nächsten Psychopathen der Demokraten, wie zum Beispiel Gavin Newsom. Wir werden es sehen. Also es bleibt spannend, dass aus meiner Sicht Wahlbetrug ausgenommen, den wird es, ich darf nicht mehr sagen, wir sind auf YouTube, aber ich bin eigentlich sicher, was passieren wird und du kannst sicher sein, zu denken, was du willst. Denken ist immer noch nicht zensurfähig, aber wenn es keine Wahlfälschung gibt, in exorbitantem Ausmass, dann heißt der nächste Präsident Donald Trump, außer Trump wird erschossen oder so. Das könnte auch noch sein. Ich hoffe nicht, dass es eine prophezeiende Sendung wird. Ich hatte in letzter Zeit während Corona öfters eine. Meine Weissagungen oder Befürchtungen sind oft eingetreten. Manchmal aber auch nicht. Ich bin gespannt, ob das Paar Biden-Trump zur Wahl gewählt werden wird. Richtig spannend wäre, wenn man Biden aus dem Rennen nehme und Robert F. Kennedy hinstellen würde. Ich würde sagen, auch Robert F. Kennedy hat keine Chance, aber es wäre einfach spannend zu sehen, was passiert. Spannend ist auch, was heute Abend passiert. Die Schweiz spielt im Achtelfinale, Deutschland spielt heute um den Einzug ins Viertelfinale. Es könnte lustig werden. Man wünscht der Deutschland, den Fussballern, insbesondere Kimmich, wünscht man natürlich die Goldmedaille im Fussball, den Superpokal. Aber man wünscht der deutschen Regierung nicht, dass sie es schaffen, diese abgrundtief, miese Stimmung im Land, die absolut von der Regierung verschuldet ist, kehren können, weil Deutschland Europameister wird. Und darum hoffen wir auf ein Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft aus politischen Gründen. Aus spielerischen Gründen muss man sagen, es ist wieder eine etwas sympathischere Mannschaft als noch vor zwei Jahren in der Weltmeisterschaft mit diesem Transgender-Binden Irrsinn mit der Regenbogenflagge da um den um über den Arm. Diese ganze Kacke, die haben sie diesmal weggelassen. Es scheint, dass sogar in Deutschland es noch ein paar Menschen an der Schaltzentrale der Macht gibt, die irgendwie ein bisschen Restverstand haben. Ist eine gewagte These, aber vielleicht nicht ganz auszuschliessen. So, das war's für heute. Schaut unbedingt bitte meine gestrige Dokumentation an, die ich hochgeladen habe über den Hamfladen. Ich habe bereits eine Dokumentation abgedreht über einen Kiesgruben Millionengrab. Ein Skandal, der sich seit 15 Jahren herzieht. Ein Streit mit Behörden, ein Bruderstreit. Die wahnsinnig spannende Geschichte. Den werde ich auch bald hochladen und kommt unbedingt an Strickerfest. An der stricker.tv findet ihr Karten. Es wird ein Daydance, sehr grossartig. Es werden viele hundert Leute dort sein. Ob wir ganz ausverkauft werden, bleibt noch herauszufinden. Aber ich würde sagen, es ist besser, ihr kauft das Ticket, als dass ihr bis im letzten Moment wartet, weil wenn wir voll sind, sind wir voll. Aus Polizei, aus feuerpolizeilichen Gründen. Stricker.tv und bis bald. Tschüss miteinander. Tschüss.